Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face Schminkie für dich mit neuen Produkten, die so bei mir eingezogen sind, die ich aber noch gar nicht gezeigt habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine kunterbunte Mischung tatsächlich aus Produkten, die schon einfach länger bei mir in der Schublade sind, die ich aber noch nicht in dem Video gezeigt habe. Ein paar Produkte, die ich dann auch jetzt neu zugeschickt bekommen habe oder die ich mir selber bestellt habe. Alle Produkte, die ihr hier findet, könnt ihr bei Beauty Bay nachshoppen. Also das ist ein Video, was in Kooperation mit Beauty Bay entsteht. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Es wird auch eine Verlosung geben und zwar gibt es ein Beauty-Paket zu gewinnen. Individuell auf die Gewinnerin abgestimmt oder auf den Gewinner. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und ja, viel Erfolg. Du solltest auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein. Das bist du entweder schon oder du wirst es hier unten einmal. Würde mich mega freuen, wenn die Community ein bisschen wachsen darf. Und wir starten mit einem Primer. Den habe ich hier. Das ist von Clinique, der Retina Solutions Daily Protective Base. Das ist dieser hier. Und der soll Rötungen wegmachen. Und dir, ja, einen kleinen, aber feinen Lichtschutzfaktor mitgeben. Finde ich ganz nett von der Idee her. Ich weiß nicht, wo ich den her habe. Ob ich mir den wirklich mal gekauft habe. Also die Produkte habe ich mir nicht alle bei Beauty Bay gekauft. Die habe ich aus verschiedensten Online-Shops geholt. Aber man kann sie dort auch kaufen, um das mal so zu sagen. Und die haben heute sogar irgendwie so eine Mega-Aktion. Habe ich auch auf Instagram geteilt. Da heiße ich AIDOIKP. Klar, der rückwärts unten P dahinter, wo die irgendwie 80 bis zu 80 Prozent Rabatt haben. Das ist Wahnsinn. Genau. Ja, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und den möchte ich jetzt ausprobieren. Ich persönlich brauche eher Feuchtigkeit. Aber das ist nicht schlimm. Denn sowas gibt auch meistens einfach Feuchtigkeit. Ja, sieht scharf aus, ne? Das ist so richtig so ein Hulk-Primer. Finde ich immer sehr ulkig. Sehr fest. Und Clinique ist eine Marke, die ja eigentlich hauptsächlich so für deren Hautpflege bekannt sind. Und die ich da auch sehr viel schätze. Und die haben auch sehr hautverträgliche Produkte. Deswegen mag ich das immer ganz gerne, wenn Hautpflegemarken dann auch Make-Up auf den Markt bringen. Ich würde sagen, er macht schon, was er soll. Also so leichte Rötungen wurden ein bisschen weggenommen. Es ist alles ein bisschen, ja, optisch, ne? Ein ganz kleines bisschen angeebt. Aber ich sehe nicht aus wie Hulk im Gesicht. Genau. Ich trinke übrigens, das kennt ihr ja mittlerweile von mir jetzt nebenher, immer so ein bisschen was, ne? Da habe ich hier von Waterdrop den Juice Drop drin. Und das ist die Flasche aus dem Adventskalender. Warum der Juice Drop? Weil ich mich heute echt fühle wie hingeschissen. Um das mal so zu sagen, irgendwie ist heute nicht so ganz mein Tag. Ich war eben auch schon mit Sammy spazieren. Es ist 17.16 Uhr, Samstag, ne? Das heißt, eigentlich habe ich viel Zeit heute. Aber irgendwie, mir ging es nicht gut. Mir war auch echt schlecht. Ich habe eben lange noch auf der Couch gelegen und so. Ich fühle mich wie vom Bus überfahren. Draußen ist auch ganz merkwürdiges Wetter. Es hat heute schon gewittert. Es hat gehagelt. Es regnet in Strömen. Es ist super windig. Keine Ahnung. Also ganz merkwürdiges Wetter. Deswegen, ne? Juice Drop, der erneuert mich. Der verjüngt mich. Keine Ahnung. In den Foundations habe ich zwei verschiedene. Mal gucken, ob das harmoniert auf meinem Gesicht. Da habe ich einmal die, oder den BB Super Blemish, ne Super Plus Bibli, nein, Biblish Balm, Original BB Anti Wrinkle Whitening von Skin 79 ist das. Dieses pinke Gedöns. Das konnte man sich mal in so kleinen Typchen, in so einem Set holen. Das habe ich gemacht. Und den wollte ich mal mit euch zusammen ausprobieren. Wie das so funktioniert. Weil irgendwie das mit den Farben finde ich hier immer sehr, sehr merkwürdig. Packe ich dann auf die eine Gesichtshälfte. Und, ne? Weil das muss ja theoretisch universell sein. Keine Ahnung. Ich halte ja nicht so viel von diesen universellen Foundation-Geschichten. Aber ich habe davon auch schon das eine oder andere Lehr gemacht, was mir echt gut gefallen hat. Ich glaube, Skin 79 ist auch so eine koreanische Marke. Die sind sowieso recht hautverträglich. Und gefallen mir eigentlich auch. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, kann ich den jetzt heute mal mit euch austesten. Weil Skin 79 bekommt ihr auch bei Beauty Bay. Ach so, BB Cream mache ich am liebsten tatsächlich einfach mit den Fingern. Man kann das Produkt mit der Hautwärme direkt reagieren. Und lässt sich am besten verteilen, einarbeiten und so weiter. Deswegen mache ich das direkt so drauf. Hier hätte ich wahrscheinlich auf dieser Seite, wo ich ja die Mr. Fred-Familie am Start habe, viel, viel besser die Foundation nehmen können, die ich ja gleich noch habe. Ja, gut. Aber, ne? Ein bisschen was hat sie gemacht. Also ich habe hier normalerweise ja auch so Sommersprossen, die man hier ja auch noch sieht. Die hat sich hier angeglichen. Das ist eine schöne Geschichte, glaube ich, für den Alltag, weil das halt schnell funktioniert und nicht so super deckend ist, nicht super intensiv ausschaut. Deswegen mag ich die gerne. Das hat auch immer so einen Weichzeichnereffekt mit dabei. Also ich mache gerade noch eine Schicht drüber. So ein bisschen, ne? Also dieses Anti-Wrinkle, Anti-Falten. Ich finde, dass diese Gesichtspartie jetzt auch wirklich ein bisschen aussieht wie Photoshopped in Relation zu der, die ja recht unruhig aussieht, ne? Das finde ich cool. Perfektioniert. Nice. Diese Foundation gab es tatsächlich auf Beauty Bay, bevor es die bei uns in Deutschland gab. Das ist ziemlich cool. Beauty... Beauty Kay, genau. Beauty Bay hat übrigens seinen Sitz in England. Und ja, das ist die Superstay Active Wear. Ja, up to 30 Stunden Foundation in der Farbe 10. Ivory habe ich die. Und das ist die von Maybelline, ne? Die habe ich jetzt auch schon bei Maxim gesehen und viele, viele andere, die diese Foundation getestet haben. Ich glaube, Franke hat die auch schon getestet. Huch! Oh, ich glaube, ich muss den Deckel einfach nur hochziehen, oder? Ja. Mhm. Lass das Produkt halte, Claudinchen. Und ja, das ist halt so ein Glas hier unten. Pumper. Pumpe ich mir mal hier so drauf. Sieht nice aus. Mhm. Ja, Claudin muss in allem riechen, Leute, ne? Recht flüssig. Cool. Ich habe hier natürlich auch das Beauty Bay Pinsel Set, was ich mir mal gekauft habe. Und da gibt es auch einen Foundation Pinsel mit dabei. Das ist die BB 103. Dieser hier. Und damit trage ich die jetzt zuallererst in meinem Gesicht auf und verteile sie. Könnte ein bisschen dunkel sein. Wow! Ich dachte, das ist Ivory. Ivory passt bei mir normalerweise immer. Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, dass eine Seite so dunkel und eine Seite normal ist. Scheiße. Mist. Ja, dann wird die wahrscheinlich im Sommer super passend sein. Und jetzt eher nicht so. Also wenn man sich das am Hals anguckt, ne? Wahnsinn. Ich arbeite die jetzt mal mit dem angefeuchteten Beauty Blender ein bisschen ein. Auch Beauty Blender kann man dort kaufen. Und ich habe heute tatsächlich, als ich nämlich da auch ein bisschen gesurft habe aufgrund dieser Rabatt-Geschichte, gesehen, dass die Beauty Blender, dass es die aktuell mit Sternzeichen gibt. Ich bin ja fast schon versucht jetzt, dass ich da mein Zwillings-Sternzeichen-Beauty Blender bestelle. Nicht, dass ich schon ziemlich viele Schwämmchen hätte. Aber hey, wenn da ein Zwillings-Symbol drauf ist, ist doch schön. Okay, jetzt wo ich die eingeblendet habe, geht es auf jeden Fall klar und sieht nicht so ganz weird aus. Also man hat schon diesen farblichen Unterschied, finde ich, den man sieht. Von der Deckkraft unterscheiden die sich schon ein bisschen, aber auch nur minimal, ne? Also hier sehe ich schon, dass ich, ähm, ja, aber ich glaube, dass ich das eher so wahrnehme, weil das halt ja auch die Haut so ein bisschen eingefärbt hat. Ich glaube, beide tun sich da echt nicht viel. Das ist krass, ne? Ich vergleiche gerade Foundation und BB-Cream. Das, äh, muss man an dieser Stelle mal erwähnen. Ähm, gut, die soll ja im Prinzip Active Wear, die soll quasi aushalten, wenn ich Sport mache. Die soll aushalten, wenn ich schwitze. Also im Sommer, wie gesagt, ne? Sommer-Foundation kann ich mir die wirklich gut vorstellen. Dadurch, dass sie ja auch ein bisschen dunkler ist als meine normale Haut aktuell. Ähm, hat jetzt nicht so diese Ultra-Deckkraft. Hier steht zwar Full Coverage drauf, aber man sieht's, hier ist mein Pünktchen, da ist meine Mutter mal. Und, ähm, das hat jetzt nicht wirklich irgendwas in meinem Gesicht groß abgedeckt. Meine Sommersprossen sind halt ein bisschen angeebenet, aber das hat die BB-Cream ja genauso gemacht. Ne? Also, gefallen mir beide. Ich finde, dass die Maybelline-Seite noch ein bisschen mehr Glow gibt. Hier ist es ein bisschen eher abmattiert tatsächlich. Aber, ja, also, gefallen tun sie mir beide. Wirklich. Ich habe jetzt auch nicht ultra viel Produkt oder so verwendet, ne? Das ist halt, ja, meine ganz normale Menge, die ich so an Foundation oder BB-Cream halt aufgebe. Und so würde mir das halt auch gefallen. Also ich brauche halt auch nicht, oder ich möchte nicht so gerne dieses Ultra-Full-Coverage-Gedönsen haben, ähm, weil ich einfach ein bisschen Natürlichkeit noch haben möchte. Leute, wir kommen nachher zu einer Lidschattenpalette. Da wird Natürlichkeit ganz klein geschrieben, aber ich weiß auch nicht. Wenn ich die Foundation drauf habe, dann brauche ich das gar nicht so intensiv. Ich packe ja nachher noch Blush, Bronzer, Highlighter, Puder, Concealer und den ganzen Rampampappen drüber. Von daher, ist doch in Ordnung. Jo. Ähm, ja, aber wir kommen jetzt mit einem, ähm, Concealer um die Ecke, ne? Den gibt es auch dort zu kaufen. Instant Age Löscher Multi-Use Concealer in der Farbe 01 Light. Das ist, äh, ja, ein Concealer, den ich super gerne mag. Der ist jetzt noch ganz fresh, weil ich, äh, vor einiger Zeit meinen Löscher aufgebraucht habe. Heißt, ich muss mir jetzt erstmal in diesen sehr, sehr puffligen Schwamm übrigens, äh, erstmal Produkt reindrehen. Okay, der ist gelber, als ich dachte, ne? Ich weiß nicht, hatte ich nicht vorher auch Light oder hatte ich da irgendwie Porcelain oder so? Ich meine, krass. Dann löschen wir hier mal die ganze Mr. Fried-Familie aus. Dann blende ich mir das mit dem Beauty-Blender ein. Schade, dass der so gelb ist. Haben die irgendwie die Formulierung geändert oder so? Ich mochte den mal richtig gerne und die Farbe hat super gepasst. Vielleicht im Sommer eher. Ja, der kommt ja bald, ne? Aber, hm, schon recht gelb für meine Verhältnisse. Das Produkt an sich funktioniert bei mir aber richtig gut. Das ist, ja, so eine tolle Deckkraft für die Augenschatten, die mir richtig gut gefällt. Der hat, ähm, nicht irgendwie so das Bedürfnis, meine Augenpartie auszutrocknen, weil es ist ja auch Anti-Age, das stimmt tatsächlich. Also der ist halt extra für Menschen wie mich konzipiert, die eben Augenfältchen haben. Und, äh, ja, der wird mir nach und nach gleich ein bisschen creasen, aber am Ende des Looks wird er nicht mehr gecreased sein. Also dann, der lässt sich halt auch schön zetten und alles. Also von daher, das wird nachher alles sehr, sehr schön werden. Von daher, von daher, ich mag den richtig gerne. Kann ich empfehlen. Das ist auch einer meiner absoluten Top, Top, Top Favoriten. Eine Lidschatten-Base kommt jetzt auch. Da gehen wir mal rüber zu Anastasia Beverly Hills. Da habe ich hier den Eye Primer in der kleinen Größe, in Anführungsstrichen, ne, mit sieben Millilitern. Das ist dieser hier. Das schwärmt hat Lidische Schmidt ja auch immer so dermaßen von. Dann muss der was sein. Also wenn, ne, also, ja, ich vertraue ihr da mal. Und den gebe ich mir einfach oben auf meine Augen. Beteile ich mal mit meinem Finger. Ach, Schiete, das war ja der, der, oh je. Da braucht man ja, glaube ich, nicht so ultra viel von, ne. Und sie so, komm, was soll's. Also, das hatte ich A, nicht erwartet. Und B, hatte ich das echt noch nie so heftig auf meinen Augenlidern drauf. Das Ding ist halt, man muss aufpassen, ne. Wenn man so Augen hat wie ich, die einfach sensibel sind und die, ne, die ein oder andere Lebensfalte mit sich tragen, dass man, ne, das trocknet halt schon ziemlich aus. Also es fühlt sich jetzt am Anfang super reichhaltig und cremig an, aber dadurch, dass da halt so unfassbar viel Pigment drin ist, deswegen ist es ja auch so deckend, kann es schnell passieren, dass, ja, die Augen halt da so ausgetrocknet werden. Wow. Und der konkurriert halt auch so ein bisschen mit meinem Concealer, den ich ja auch entsprechend im Innenwinkel aufgetragen habe. Ich möchte aber tatsächlich primär, dass der Concealer da ja bleibt, weil der ist ja auch so ein bisschen dafür da, um meine Falten aufzufüllen, ne. Apropos, wer trinkt noch ein bisschen Jugendlichkeit? Mein Code Claudie5 bei Waterdrop gibt's übrigens immer noch. Ab 25 Euro Bestellwert kriegst du 5 Euro Rabatt damit. Genau. Ja, äh, ich bin fasziniert. Ich hab jetzt alle flüssigen und cremigen Texturen auf meinem Gesicht und jetzt kommen wir zu dem ersten Produkt, was ich quasi für den Beauty Bay jetzt zugeschickt bekommen habe. Das ist das Mattifying Setting Mist. Und, ja, das haben die jetzt neu im Sortiment und das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Set it, don't regret it. Fühlt sich enorm, enorm weich an. Also sehr angenehm, gefällt mir. Ich tabere das noch ein bisschen ein. Also das ist ein breiter Sprühnebel, ein sanfter Sprühnebel. Das mag ich ja gerne, wenn du nicht so angesprungen wirst, ne. Da bin ich ja auch ein kleines Sensibelchen. Es gibt von Cover FX eine neue Palette und auch die habe ich jetzt zugeschickt bekommen fürs Video. Das ist diese hier. Die habe ich mir ausgesucht. Und das ist halt die perfekte Face Palette. In der Farbe Light to Medium habe ich die. Und das ist... Du hast da Blush, Bronzer, Highlighter und Puder mit drin. Also damit kannst du alles machen. Und wenn das halt wirklich alles funktioniert und alles wirklich Farben sind, die mir passen, dann feiere ich das hardcore. Ich bin ja normalerweise, was so Face Paletten angeht, immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich immer denke, hm, ich weiß ja nicht, ne, ob das alles soweit funktioniert auf meinem Gesicht, weil ich möchte ja gerne dann auch jede Farbe nutzen können. Das sieht aber sehr, sehr vielversprechend aus. Also wir haben hier einen Finishing Powder mit drin, einen Brightener, also was man quasi auch als Highlighter nehmen kann. Hier einen, ähm, ja, etwas dunkleren Highlighter. Hier einen auch noch dunkleren Highlighter. Das ist ein Blush und das ist die Kontur. Und als allererstes, in dem Finishing Powder haben wir aber so Glitzer mit drin. Ich weiß nicht, ob ich damit setten kann. Wir können es mal versuchen. Zu allererst nehme ich dann halt so einen Highlighter-Pinsel. Das ist die BB105. Und gehe in das Finishing Powder. Wobei, dann sehe ich aus wie ein Vampir, der in der Sonne glitzert, ne. Ich glaube, das ist ein bisschen zu krass. Denn ich glaube, das ist eher so zu sehen, dass man das quasi verwendet, um nochmal über alles drüber zu gehen, oder? Keine Ahnung. Ich werde es jetzt aber trotzdem ausprobieren. Habe jetzt hier was auf meinem Highlighter-Pinsel und gebe das unter meine Augen. Ja, man hat auf jeden Fall diese Schimmerpigmente mit drin und man sieht sie auch leicht auf der Haut. Ich muss mir ein anderes Bruder erstmal draufgeben, Leute. Sonst funktioniert das nicht. Dafür nehme ich jetzt einfach von MUA, von Make-Up Academy, die Pro Base Full Coverage Mud Press Powder Geschichte. In der Farbe 110 habe ich das. Und das gebe ich mir jetzt einfach nochmal drüber. Ähm, genau. Also quasi erstmal unter die Augen. Und dann über mein komplettes Gesicht. Aber das nur ganz dezent, weil im Prinzip, das hat ja auch ein bisschen Deckkraft mit dabei, möchte ich nicht so viel Deckkraft auf meinem Gesicht noch weiter drauf haben. Dann gehe ich jetzt nochmal mit so einem großen Fluffel drüber. Das ist jetzt der BB101. So, jetzt haben wir nämlich schon mal alles soweit gesettet und das musste auch sein. Übrigens super witzig, wie unterschiedlich immer noch die beiden Seiten sind, ne? Also, ne? BB Cream Foundation Full Coverage. Ich liebe es. Ich habe das ja auch schon bei dem Essence-Video gehabt. Da habe ich mich ja auch schon innerlich echt kaputt gelacht. Oder war das das... Ne, das Catrice-Video war das, genau. Jetzt habe ich hier das Finishing Powder. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera so auch sehen könnt. Aber man hat da halt wirklich, wirklich, wirklich Schimmerpigmente drin. Das glitzert halt so richtig, ne? Wenn ich das so aufs Gesicht gebe, mache ich das nur vorsichtig und grob. Ich bin jetzt zweimal vorsichtig reingegangen und dann mache ich mit diesem zweimal vorsichtig reingehen und abklopfen in die komplette Gesichtshälfte. Weil ich habe das eben schon gesehen, wie stark dieser Glitzer ist. Es gibt natürlich noch eine entsprechende Frische und ich mag das auch. Deswegen verwende ich zum Beispiel von Love das Aura Glow Powder auch super gerne, aber nicht so exzessiv, ne? Da muss man wirklich aufpassen. So, das Finishing Powder ist drauf. Jetzt kommen wir zu dem Konturprodukt. Das ist hier dieser Bronzer. Ich gucke mal, ob ich das auch mit diesem Fluffel bekommen kann. Gehe ich jetzt hier einfach mal so rein. Oh, wow. Das ist aber... Da habe ich aber viel auf dem Pinsel gekriegt, du. Okay, dann stempel ich mir das so auf. Oh ja, die Farbe, die mag ich. Das kann ich jetzt schon sagen. Schön, oder? Also nicht zu intensiv. Das ist ja auch Light to Medium, die Palette. Darf man halt auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob es hier auch noch ein dunkler gibt. Aber für meinen Hauttypen, für meinen Hauttan, ist das eine schöne Geschichte. Und das scheint auch noch einen leichten Schimmer mit drin zu haben. Krass. Lässt sich schön ausblenden, obwohl ich ja nicht wirklich swirle. Ich packe ihn auch extra hier vorne an dem Pinsel. Ich stempel das ja mehr, ne? Ja, vielleicht bin ich ja jetzt gerade ein bisschen eskaliert. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Die andere Seite. Ich hätte es cooler gefunden. Da bin ich jetzt auch mal ehrlich, ne? Wenn das Finishing Powder nicht mit Schimmer gewesen wäre. Ja, weil dann hätte ich das wirklich als Full-Face-Palette nehmen können. Sprich als Puder dann auch, ne? Weil so solo würde ich das jetzt nicht unbedingt verwenden mit so viel Schimmerpigment drin. Man kann sich natürlich auch das Schwämmchen nehmen. Ein bisschen in das Finishing Puder reingehen. Vielleicht. Ich habe hier einen Spiegel. Warum gucke ich da nicht rein? Egal. Und das hier so drunter setzen. So als eine Art Kante, ne? Damit das Ganze ein bisschen krasser abgegrenzt wird. ein bisschen künstlicher. Natürlich hat man dann da auch Glitzer. Aber hey, was soll's? Dann so einblenden. Geht klar. Vielleicht bin ich ein ganz kleines bisschen eskaliert. Und das sieht sehr, sehr heftig aus. Aber mir gefällt das tatsächlich. Und das Augenmeaker wird nachher sehr, sehr intensiv. Also von daher darf auch jetzt die Base ein bisschen intensiver sein. Finde ich vollkommen legitim. Jetzt gehe ich in den Blush rein. Da habe ich hier den BB104. Das ist so ein abgeschrägter Blushpinsel halt. Tippe ich jetzt vorsichtig rein. Also wir haben schon Kickback in der Palette. Das heißt, das ist schon gut pigmentiert. Man muss auch abklopfen. Dann staubt es ein bisschen. Und das trage ich mir hier oben drüber auf. So ein bisschen halt nur auf meine Wangenknochen. Ein bisschen ausblenden. Dadurch, ja, gibt man so einen Blushmoment aufs Gesicht. Oha. Man kann es also auch intensiv machen. Fluffel, fluffel. Ja, aber lässt sich schön verblenden und ausblenden, ne? Doch. Frisch. Ich mag ja aktuell voll diese rosa Blushes, ne? Muss ich ja auch sagen. Deswegen ist diese Palette echt wie für mich gemacht. Für auch die Übergangsphase zum Frühling, Sommer, ne? Das ist nochmal etwas mehr abklopfen. Auch für mich eine tolle Nummer. Jetzt habe ich hier drei verschiedene Highlighter, die sich geil anfühlen. Also die Highlighter, die beiden großen, ne? Die fühlen sich butterzart an. Da haben wir jetzt einmal die Töne. Wow. Okay. Ich kann im Prinzip mir die beiden dunklen mit dem Brightener mischen, weil der super, super eisig ist, ne? Aber die sehen alle richtig gut aus. Krass. Also ich denke, für mich wäre es tatsächlich am besten, wenn ich hier den hier nehme und mir den mit dem Brightener einfach so mische. Ne? Den trage ich mir hier immer auf. Wow. Oh mein Gott. Ist der schön. Ist der schön. Ich sehe keinen groben Glitzer. Ich sehe, dass es nass ist. Oh, und der ist so intensiv. Ich meine, ich habe ja auch nicht wenig Produkte drauf. Puh, guck mal, das reflektiert, Sammy. Eigentlich müsstest du jetzt... Ja, Pen-Tüte, ne? Der ist am Pen. Der schläft. Okay, das interessiert ihn jetzt herzlich wenig. Aber der, der, der ist da. Also krass. Cool. Mag ich. Mag ich sehr. Guck dir das an. Das ist der wahnsinnige Tüten auf meinem Gesicht. Oh, schön. Ne, solche Highlighter, die sind voll mein Ding, ne? Ei, 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 ei. Ei, ei. Nasenspitze, Nasenrücken. Oh, diese Facepalette mag ich. Also danke Beauty Bay, ne? Dass ich mir die aussuchen durfte. Die war nicht günstig und so. Habe ich euch ja eben auch eingeblendet. Aber du hast hier halt so viele Produkte drin, ne? Das ist... Also mich haut das um. Ich hätte mir die so oder so gekauft tatsächlich. Die stand auch auf meiner Wunschliste. Ähm. Aber als Beauty Bay mich dann gefragt hat, ob ich, ähm, wieder ein Video mit denen halt in Kooperation machen möchte, habe ich gesagt, ja, klar. Und, äh, habe die halt auch mit angegeben. Ich gebe da immer so verschiedene Ideen von mir. Ähm, und was ich quasi da habe und was ich dann auch dafür bräuchte, ne? Ein Full Face hiervon, also von einer bestimmten Marke oder Full Face Neuheiten. Und was mich dann quasi von denen interessieren würde noch zusätzlich aus dem Shop. Und ja, die haben sich halt für die Full Face Neuheiten entschieden. Da war die Palette mit dabei und die finde ich mega geil. Also guckt euch das an. Also das, das ist ja das Geile an Make-up. Ihr könnt es ja direkt sehen, ne? Ob es jetzt gut aussieht, ob es schlecht aussieht. Und ich finde, das sieht echt gut aus. Es ist ineinander geflossen. Ihr seht den Highlighter, der alle wegbeamt. Und wahnsinnig geil. So, dann geben wir meinem Gesicht mal so ein bisschen Dimensionen, nein, nicht Dimensionen, aber ein bisschen mehr Umrandung, Umrahmung zurück. Und da habe ich ein Augenbrauenprodukt zugeschickt bekommen. Und zwar von Anastasia Beverly Hills. Das ist der Brow Wiz. Finde ich voll cool. Den hatte ich noch nie. In der Farbe Medium Brown. Genau. Den finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Mit einem Spoolie und dann einer dünnen Spitze zum Rausdrehen. Drehen in der Farbe Medium Brown habe ich den ja. Und dann gucken wir mal, wie dazu funktioniert auf meinen Augenbrauen. Was ich übrigens sehr interessant finde. Ich habe ja diese super krasse Lidschattenbasis drauf, aber die Crease Null, die ist einfach nur da. Das ist so heftig, ne? Und die ist ja schon eine Weile drauf. Es ist vielleicht minimal dunkel, aber der wird ja nachher noch ausgeblendet. Aber es geht klar. Ich nehme oft so dieses Medium Brown, Ash Brown, Ash Blond. So was, ne? Damit es halt nicht zu warm ist. Und ich muss sagen... Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen daneben gemalt. Egal. Dass das Augenbrauen-Serum, was ich aktuell verwende, wirklich seine Wirkung zeigt. Und das finde ich so cool. Weil dadurch kann ich mir halt auch ein bisschen natürlich mehr Augenbrauen malen. Und mal halt nicht ständig irgendwo auf meiner Haut rumrum. Und ich feiere das einfach hart, ne? Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das müsste das Grande Brow sein. Finde ich einfach schön, ne? Also ich habe in meiner Jugendzeit wahrscheinlich ein bisschen zu viel gezupft. Und gleichzeitig ist es bei mir einfach erblich so bedingt, dass ich nicht super krasse Augenbrauen habe. Weil ich von meinen Augenbrauen her eher nach meinem Papa komme. Und der hat gefühlt gar keine. Also von daher bin ich froh, dass ich das habe, was ich habe. Und da kann ich auf jeden Fall so mit arbeiten. Und wenn ich jetzt so mega krasse Augenbrauen hätte, jetzt mal ohne Witz, ne? Das würde auch irgendwie gefühlt gar nicht zu meinem Gesicht passen. Weil ich die ja auch irgendwie noch gar nie hätte oder gehabt habe. Dementsprechend finde ich das ganz gut, dass es es ist, wie es ist. Ja. Ein bisschen nachhelfen kann man ja. Boah, also dieser Medium Brown Ton ist super, super aschig. Der geht schon fast ins Topfarbene, meiner Meinung nach. Aber ich finde den geil, ne? Ich finde den richtig, richtig gut. Also das gefällt mir. Habe ich auch so nicht viele von in dieser Farbrange. Hat sich schön auftragen lassen. Ich hatte gerade richtig Freude daran und habe mich sehr lange mit meinen Augenbrauen gerade beschäftigt. Einfach, weil es so viel Spaß gemacht hat, wie schön er sich auftragen lässt. Wie gezielt man damit arbeiten kann. Und dann den Spoolie, den man schön benutzen kann, um das auszublenden. Und am Ende hast du eine relativ natürliche Augenbraue, was ich geil finde. Also geiles Produkt. Und ja, ne? Jetzt bei mir. Next One. Das hatte ich, glaube ich, irgendwo mal in der Box oder in dem Adventskalender. Das ist von Florence oder Florence by Mills. Das ist ein Tint and Tame Brow Gel. Aber das bekommst du bei Beauty Bay tatsächlich. Hat so ein kleines Mini-Spoolie. Also wirklich Mini-Spoolie, ne? Mini, Mini. Und ich habe die Farbe Transparent hier. Das ist so winzig klein, aber du kannst da richtig präzise mit arbeiten. Und das feiere ich hart. Und das setze ich mir einfach dann an die Augenbraue, um mir dann alles in Form zu kämmen. Da kämm ich meistens erstmal alles so weit hoch. Kommt nicht besonders viel Produkt an die Augenbraue. Da muss man dann halt schauen. Falls man möchte, kann man dann hier nachlegen. Dann lasse ich das meistens so ein ganz kleines bisschen antrocknen. In der Zeit gehe ich dann zur anderen Augenbraue. Gehe wieder auch die Härchen hoch. Und sobald dies geschehen ist, gehe ich dann wieder zur anderen Augenbraue und fange von hinten an, die Härchen wieder so ein bisschen in ihre Form zurückzubringen. Aber nur die, die quasi so über dem stehen, wo ich normalerweise meine Augenbrauenlinie sehen würde, ne? Das heißt, im Prinzip hast du dann immer noch ziemlich viele, die so hochgekämmt sind. Das ist so eine Fluffy-Brows-Zwischenlösung, würde ich es einfach mal nennen, wie ich das am liebsten bei mir halt tatsächlich habe. Weil die, ja, die Augenbrauen haben nach wie vor so ein bisschen Volumen und die Lücken werden halt durch die Augenbrauenhärchen selber auch ein bisschen gefüllt. Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass die alle halt wie Kraut und Rüben nach oben stehen. Weil das wäre mir persönlich dann auch schon wieder zu, ja, wehrwolf-mäßig. Ja, und so bastle ich mir dann halt auch immer meine für mich persönlich am besten passendsten Augenbrauen. Und ich finde, das sieht immer okay aus, ne? Ja, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Herzstück des Looks quasi. Da stelle ich aber erstmal das Augenbrauen-Gel zur Seite. Und zwar habe ich mehrere Paletten genannt, die ich ganz interessant fände, die ich gerne mal testen würde. Und Beauty Bay hat sich tatsächlich, beziehungsweise Phoebe, meine Kontaktlady dort, für die sich entschieden. Von Kimchi Chick habe ich tatsächlich ja auch schon den Concealer, den ich mega geil finde übrigens. Und das ist die Kimchi Chick X Naomi Smalls Two Queens in One Desert Vegan Friendly Lidschattenpalette. Hier sieht es schon ziemlich aufregend aus, ne? Mad Maxine Soot Yourself. Und ja, das ist cruelty-free, ohne Pfeilate, ohne Parabene, vegan, PEG-frei, sulfatfrei, ohne synthetische Düfte. Und Proud Partner of the Trevor Project, we are committed to donating 2% of our Sale-Prices to the Trevor Project. Also hier werden 2% von den Verkaufspreisen an das Trevor-Projekt gespendet, was ich auch cool finde. Hier hinten stehen richtig intensiv die Inhaltsstoffe drauf. Also das ist schon cool, ne? Das habe ich bei noch keiner Lidschattenpalette so offen gesehen. Und das ist jetzt erstmal die Umverpackung. Und hier habe ich jetzt die eigentliche Palette, die halt auch genauso aussieht. Also es ist sehr gewöhnungsbedürftig vom Außendesign, muss ich auch wirklich gestehen. Ich mag das persönlich, nur für mich persönlich nicht so gerne, wenn ich Menschen auf Paletten drauf habe. Aber da ist jedem das Silber überlassen, ne? Ich glaube, das ist dann Kimchi, ne? Kimchi, Kimchi Chick. Also ist auf hier Instagram wahrscheinlich auch zu finden. Und das ist Naomi Smalls. Ich kenne die beiden nicht, ne? Aber ich habe halt die Palette von innen gesehen und dachte mir, ja, Baby. Das könnte was mit uns beiden werden, ne? Oh, ist die geil, oder? Die ist richtig knallebunt. Und ja, die erinnert natürlich auch an die Niki Tutorials X-Beauty Bay Palette safe. Wir haben hier zwei verschiedene Seiten quasi. Einmal die Naomi Smalls World. Also die ist halt mehr so in den Nude-Tönen, in den grünen Tönen, in den sehr natürlichen Tönen. Und Kimchi Chicks World, die rastet natürlich voll aus, ne? Du hast ein Gelb, du hast ein Blau, du hast Grün, du hast Pink, du hast Türkis. Du hast alles dabei, was dein Herz begehrt. Und ich bin sehr gespannt, was ich mit der Palette daraus machen werde. Wie so oft haben wir jetzt hier auch keinen Spiegel drin. Weil es so ist, dass die Lidschattenpalettenhersteller immer mehr darauf achten, dass die Paletten dann auch sehr gut recycelbar sind. Also ja, ansonsten müsste man den Spiegel hier separat entfernen und so weiter. Deswegen finde ich das nicht weiter wild, dass da kein Spiegel drin ist. Wir alle haben irgendwo einen Spiegel zu Hause rumfliegen. Ich habe hier auch aus meinem Crash-Adventskalender einen Spiegel, den ich jetzt gleich zur Hilfe nehmen werde. Ja, ansonsten in der Cover FX-Palette hätte ich noch einen Spiegel, den kann ich auch noch nehmen. Und ja, ich bin super aufgeregt, Leute. Also ich weiß echt noch nicht, also weil ich bin ja so zurückhaltend heute angezogen, aber ich glaube, mein Look wird nicht zurückhaltend werden. Mal gucken, ob ich mich mehr in Naomi Smalls Welt aufhalten möchte oder in der Kimchi Chicks Welt. Von den 24 Tönen, die dort in der Palette sind, sind tatsächlich nur 5 schimmernd. Das hat mich ein bisschen erstaunt gerade beim Swatchen, denn das war mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ja, hier auf dieser Seite sehen wir die Naomi Smalls Seite, die halt wirklich sehr, sehr offensichtlich etwas zurückhaltender ist. Und hier geht die Party ab, Kimchi Chick, die hat ordentlich rausgehauen. Ich finde, dass diese Farben hier nach einem grünen, gelben Look schreien. Und den versuche ich tatsächlich auch zu machen. Und das ist ja auch der Look, der von den beiden Ladies. getragen wird. Deswegen, ich glaube, das ist auch so gewünscht. Ganz offensichtlich haben wir in dieser Palette auch nichts, um das Lid zu setten. Das wird sehr spektakulär, Leute. Zuerst nehme ich mir einen fluffigen Blendepinsel. Das ist die BB203 aus dem Pinselset. Und gehe in den Ton Dwarf Desert Peony. Was sind das bitte für Namen, Leute? So ein sehr, sehr helles Apfelgrün. Und den setze ich mir einfach hier schon mal so hin. Ich habe meine Lider ja in dem Sinne nicht gesettet. Und das, Leute, wird natürlich wieder ein intensiver Cut-Crease-Look, den ihr vielleicht auch schon auf Instagram gesehen habt. Den ich jetzt so in meinem Kopf drin habe. Also im Prinzip das Pendant zu diesem sehr rosanen Look, den ich ja auch schon mit der Beauty Bay Palette geschminkt habe. Die New Romantic Palette. Ziehe mir den auch wirklich so in den Innenwinkel auch mit rein. Jetzt nehme ich mir einen etwas fester gebundeneren Blendepinsel. Das ist die BB204. Und gehe in dieses schöne dunkle, matte Blau rein. 6 PM Sky. Also definitiv. Und das ist jetzt gerade 18.29 Uhr. Also nicht ganz 6 PM. Und den setze ich mir da drunter. Ich nehme dafür einen etwas präziseren Pinsel. Das ist, glaube ich, eher ein Lippenpinsel. Die BB209. Um erstmal das Pigment überhaupt aufs Auge zu bekommen. Der Ton ist ein bisschen zickiger, finde ich. Also der ist nicht so super krass pigmentiert oder so. Ich hoffe immer, dass ich meine Augen relativ gleich hinbekomme. Aber meine Augen sind einfach von ihrer reinen Struktur her schon mal ein bisschen unterschiedlich. Aber wir gucken mal, was daraus gleich wird. Ich fliege weg. Ich möchte so einen ganz, ganz feinen Übergang zwischen diesen Farben haben. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Huch, da waren noch Fände dazwischen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in dieses Türkis rein. Das ist der Farbton Oasis. Und dafür nehme ich so einen Smudger-Pinsel. Die BB205. Smudger, wie auch immer. Komischer Pinsel. Und den setze ich mir ein bisschen über dem Blau. Aber ich glaube, das wird schwierig. Also, dass ich quasi das Blau so ein bisschen in das Grün reinblende. Mal gucken. Da gehe ich nur so an den Kanten entlang. Und damit mache ich so einen kleinen Farbverlauf. Ja, es geht auf jeden Fall. Ja. Dann intensiviere ich mir wieder hier oben dieses Grün. Weil das soll ja nicht verschwinden. Und jetzt ist schon Zeit für eine krasse Cut-Crease, wa? Dafür nehme ich mir wieder die Lidschatten-Base. Mach den Pinsel, mit dem ich das Blau eben aufgetragen habe, ein bisschen am Handtuch hier neben mir sauber. Nimm das Pigment runter. Weil den möchte ich nehmen, um mir die Cut-Crease zu ziehen. Dann gebe ich mir ein bisschen was von der Lidschatten-Base auf meinen Handrücken. Mit dem kann ich dann arbeiten. Einmal tief durchatmen. Ab geht die Party. Die erste sitzt schon mal. Das ist schon krass, ne? Wie viel, also wie, also läuft. Was so was ausmacht. Ja, das Blau müssen wir gleich wieder so ein bisschen mehr hervorholen. Weil so ist es jetzt ja schon ziemlich verschwunden. Aber das ist die Cut-Crease, die ich mir vorgestellt habe. Diesen Pinsel, mit dem ich gerade die Cut-Crease gezogen habe, mache ich mir ein bisschen am Handtuch neben mir sauber. Und jetzt überlege ich, ob ich tatsächlich jetzt ins Grüne gehen möchte. Eigentlich schon, ne? Komm, wir machen was Verrücktes. Als erstes nehme ich mir hier oben den türkisen Ton Oasis wieder. Und den baue ich mir auf. Beginnend hier. Immer so Stückchen für Stückchen. Da ziehe ich eine parallele Linie, mehr oder weniger, die sich fast hier am Ende treffen. Ich lasse nach oben aber natürlich so ein bisschen Platz. Weil das macht den Look halt auch noch so ein bisschen besonders, glaube ich, ne? Oh. So in der Art soll das dann ungefähr aussehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich damit zufrieden bin. Weil der ist jetzt kürzer als der. Ich habe den Winkel unterschiedlich gesetzt. So, jetzt habe ich Bock auf dieses wunderschöne Cantine. Dieses, ja, mega, mega schöne Türkis. Und das hat ja auch so einen Schimmer mit drin. Und da nehme ich auch wieder meinen kleinen Lieblingspinsel hier. Für solche Looks bieten sich einfach solche kleinen Pinselchen immer sehr an. Und das setze ich mir hier auf mein Zentrum. Und blende das dann auch so ein bisschen in diesen Oasis-Ton mit rein. Der ist schön. Also der macht so einen, ne? So einen nassen Effekt auf dem Lid. Mag ich. Dann nehme ich mir dieses geile Gelb-Gold-Kaktus, heißt das. Und das setze ich mir in mein inneres Drittel. Zieht es auch ein bisschen mit auf den Ton von gerade. Und weil ich den so geil finde, setze ich mir den hier auch in diese freie Fläche, wo, ja, einfach noch Platz ist, ne? Nice, oder? Ich finde das schon ziemlich cool. Normalerweise habe ich ja durch meinen Schlupflik nicht so den allermeisten Platz auf meinem Auge. Aber ich finde, wenn ich solche Looks schminke, dann fühle ich mich so frei. Und ich fühle mich so, als hätte ich dann doch irgendwie mehr Platz da. Das ist echt, das macht einfach Spaß. Es funkelt und glitzert. Ich möchte aber super gerne noch dieses Dunkelblau oben ein bisschen intensivieren, dass sich das ein bisschen mehr abhebt. Und da haben wir auch in diesem Pinsel-Set einen mega geilen Pinsel, den ich einfach super gerne mag und den ich gleich auch nochmal verwenden werde. Das ist die BB211. Der ist so extrem fein. Und dann nehme ich mir jetzt auch nochmal das Dunkelblau auf, dieses 6PM Sky, gehe ich ganz vorsichtig nur mit der Spitze rein und dann wirklich genau an der Cutcrease entlang, um den, ja, um diese Abgrenzung noch ein bisschen zu intensivieren. Und weil ich ich bin und mir das immer noch nicht genug ist, ziehe ich mir tatsächlich jetzt hier mit einer weiteren Cutcrease noch so einen ganz, ganz feinen Liner. Ganz fein. Also ich finde auch, dass man jetzt hier sehen kann, wie geil dieses Pinsel-Set auch einfach ist, ne, was man da einfach alles mit machen kann. Und auf diese super feine Linie gebe ich mir jetzt einen weiteren Schimmerton. Ich hatte erst überlegt, ob es ganz geil wäre, den, den Pink zu nehmen, aber nee, so wild werden wir nicht. Wir nehmen hier Gecko, das ist dieses dunkle Grün. Das passt jetzt einfach besser, ne? Das macht den harmonischer, den Look jetzt. Wenn ich jetzt das rosa genommen hätte, wäre das, glaube ich, ein bisschen zu heftig gewesen. Zu heftig vor allem. Oh, Definitionssache. Da kann ich jetzt auch hier mit diesem Eyeliner-Pinsel BB212 arbeiten. Der sieht hier fast schon unspektakulär aus, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Ich gehe jetzt nochmal in 6PM rein, oder 6PM Sky heißt er vielmehr mit diesem Pinsel, um da hier nochmal so eine Abgrenzung zu machen. So quasi dann genau zwischen den beiden Tönen. Ich glaube, dann kommt das Grün noch ein bisschen besser zur Geltung, ne? Schon, ja. Also dann grenzt sich das Grün noch ein bisschen intensiver davon ab. Allein, dass ich so filigrane Arbeiten mit diesen Farben machen kann und die trotzdem dann halt so rauskommen, ne? Spricht absolut für die Pigmentierung. Das ist schon ein Hardcore, was hier abgeht. Kannst du nicht mit jeder Palette machen. Joa, oben sind wir dann schon mal soweit fertig und ich würde sagen, mir gefällt es. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Joa, dann machen wir mal unten weiter. Wahnsinn, okay. Mich spricht ja total auch der Ton Mojana an. Das ist dieser hier, Mojani. Gebe ich mir nur den an den unteren Wimpernkranz? Das wäre auch ein bisschen lame, oder? Ich glaube, ich nehme Mojani und blende den ein bisschen aus mit I'm not yulking, bitch. Das ist dieses Gelb. Dafür nehme ich die BB205. Dippe in Mojani, Mojani und gebe mir das an den unteren Wimpernkranz. Übrigens, ihr seht das jetzt wahrscheinlich auch. Der Concealer hat nicht wirklich gecreased. Hier ein bisschen. Ja. Aber das ist auch mein Problemauge, wenn ich ehrlich sein darf. Da habe ich ja eben auch noch ein bisschen rumfrickeln müssen, weil ich da, ähm, da hatte sich leider die Lidschatten Base mit dem Concealer vermischt und das sah ja nicht so geil aus. Genau. Also das Grün kommt jetzt gerade nicht so leuchtend rüber, wie ich mir das gewünscht hätte, weil so beißt sich das auch ein Stück weit mit dem, was da oben abgeht, ne? Wobei, nö, das spiegelt sich ein bisschen hier oben auch noch wieder. Es geht. So, Pinsel sauber machen und dann gehe ich in das Gelb rein und blende das damit aus. Damit sehe ich ja keinen hellen Ton für den Innenwinkel drin. Deswegen gehe ich tatsächlich in die, ähm, ne? In die Face Palette von Cover FX und nehme da den Brightener. Das ist dieser hier. Nimm ich diesen Pinsel? Ja, kann ich wohl machen. Und den setze ich mir dann auch genau in den Innenwinkel. Geht. Definitiv. Und vielleicht auch ein bisschen hier oben. Weil da oben ja noch nicht genug los ist. Ein spektakulärer Look, würde ich sagen. Mir gefällt das total. Ich feier das. Ich habe ja auch mir mal Eyeliner von Beauty Bay bestellt. Und das hier ist jetzt aus so einem Vierer-Set der Ton Peacock. Das ist meiner Meinung nach jetzt sehr, sehr gut dazu passend als Kajalenstift, sage ich mal. Das ist so ein, so ein geiler Ton, ne? Der wird jetzt wahrscheinlich nicht so sehr auf der Wasserlinie rauskommen, wie er jetzt hier auf dem Handrücken ist, ne? Aber den gebe ich mir oben und unten an die Wasserlinie. Geil. Ich feiere das, ne? Das ist nochmal so ein, so ein grün-blau auf der Wasserlinie. Mega. Wird jetzt wahrscheinlich nicht Ewigkeiten halten, ne? Aber als Eyeliner ist der richtig gut und haltbar. Ähm, als Kajal ist er ja eigentlich nicht so gedacht, ne? Ja. Heute verwende ich zwei verschiedene Mascaren. Und zwar auf dieser Seite von Maybelline die Sky High Mascara. Und auf dieser Seite von Anastasia Beverly Hills die Lash Break Mascara. Die Bürstchen sind absolut unterschiedlich. Die Lash Break Mascara von Anastasia Beverly Hills ist ein Kunsthaarbürstchen, was oben dick, unten dick und in der Mitte eng zusammengehend ist. Und die Sky High Mascara von Maybelline hat ein Gummibürstchen, was kegelförmig zusammengeht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Boah, das sind auf jeden Fall zwei Mascaren, die sehr gehypt sind und werden. Und irgendwie sind sie es auch wert, weil sie machen schon ziemlich schöne Wimpern, oder? Bevor wir zu den Lippen kommen, muss ich zusehen, dass ich hier meinen letzten Rest vom Schützenfest auftrinken muss. Zu den Lippenprodukten von Beauty Bay habe ich ja schon mal ein komplettes Video gedreht. Kann ich dir da, hier oben mal im i verlinken. Und da habe ich mir jetzt den Lip Liner in der Farbe Heather rausgesucht. Das ist dieser hier. Ich finde, dass der sehr universell verwendbar ist. Also das ist so ein sehr gefälliger Farbton. So ein Rosenholz mag ich sehr, sehr gerne da hinten. Deswegen kommt er jetzt auch auf die Lippen. So wäre das jetzt auf jeden Fall tatsächlich auch schon stimmig. Also da müsste ich jetzt theoretisch gar nicht so viel noch an der Farbe ändern, würde ich sagen. Aber ich habe noch was ganz, ganz Cooles, Neues von Zoeva. Die haben so neue Glosse rausgebracht und ich stehe auf sowas, Leute. Also wirklich wunderschön. Ich mag solche Farben total gerne. Deswegen habe ich den auch nicht komplett bis nach innen gemalt, weil der drüber kommt. Das ist der Powerful Lipshine Lip Gloss. Und ich habe hier die Farbe Love With Me. Also Lach mit mir. Und das mag ich von der Bezeichnung her auch richtig gerne. Genau. Wow. Und das ist auch so ein herzförmiges Bürstchen. Äh, Pinselchen, Füßchen, wie auch immer, was so ein Loch auch in der Mitte drin hat. Das heißt, da trägst du dir auch nicht zu viel und nicht zu wenig Produkt auf. Hat quasi keinen Duft. Und die Mascara-Bröcke hier. Na na. Hm. Fühlt sich sehr, sehr angenehm gerade an. Und auf den Lippen fühlt er sich eher an wie ein Lippenöl. Also die Lippen kleben nicht zusammen. Das sieht richtig schön aus. Also das kann ich mir zu jedem Look vorstellen. Auch zu diesem hier mag ich gerne Lein. Und jetzt seht ihr auch das tatsächlich aus der Nähe, was ich meinte. Nicht nur, die Foundations sind sehr, sehr ähnlich. Gut, die Seite sieht wirklich ein bisschen dunkler aus, muss man ehrlich sagen. Aber die Base, die ich ja auch tatsächlich hier mit den Puderprodukten so intensiv aufgetragen habe, wirkt gar nicht mehr so farbintensiv wie eben. Das ist schon krass. So, jetzt haben wir das alles soweit auf meinem Gesicht drauf. Und das sieht irgendwie ganz schön harmonisch aus. Wahnsinn, finde ich diesen Look geil. Ich mache jetzt noch ein bisschen was von dem Setting Spray drüber. Oh, ein bisschen vor allem, ne? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht jetzt gemacht habe, dass meine Mascara abstempelt. Schmilzt jetzt alles nochmal schön miteinander. Na, was sagt er zu dem etwas anderen Look? Hättet ihr erwartet, dass es so wird? Ich meine, gut, ihr habt das Stump Nail gesehen, ne? Ja, das war jetzt nicht so die allergrößte Überraschung. Ja, ihr Lieben, mir hat es richtig Spaß gemacht. Hier war jetzt auch tatsächlich kein Flop oder sowas mit dabei. Also die Sky High Mascara tatsächlich, die muss ich noch ein bisschen testen. Da bin ich noch nicht hundertprozentig glücklich drüber, muss ich wirklich sagen. Auch wenn alle die so tierisch halten. Ansonsten, mir gefällt mein Look. Ja, was sagt ihr? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und ja, das war's. Ja, ich muss noch ein paar Fotos machen, um diesen Look auch ein bisschen irgendwie für die Nachwelt festzuhalten. Weil man macht das so selten, ne? Dass man sowas schminkt. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!